Ja, da kann ich mich dir auf jeden Fall nur anschließen. Ich hoffe auch, dass das auf keinen Fall passieren wird, aber man kann es befürchten, dass dem so sein wird. Ein anderer Vorschlag kam jüngst von Roderich Kiesewetter und Olaf Scholz. Dass ukrainischen Soldaten, die hierzulande keinen Job haben, ukrainische Soldaten, also Soldaten sage ich schon, oh Gott, ich bin auch schon in dieser militärischen Sprache, Männer im wehrpflichtigen Alter, Flüchtlinge, die eben nicht bereit waren für Zelenskys korruptes Regime und die Machtinteressen westlicher Länder beziehungsweise die wirtschaftlichen Interessen von Blackrock und Co. zu sterben, diese Leute wollen Scholz und Kiesewetter, wenn sie in Deutschland keinen Job haben, eventuell in die Ukraine abschieben. Und alle Leistungen kürzen und sie anschließend zurück in die Ukraine schicken, damit sie dann dort eingezogen werden können. Also das sind Dinge, die mittlerweile in Deutschland diskutiert werden. Was hältst du davon? Ja, also extrem furchtbar. Wenn man sich vorstellt, ich habe heute gelesen, es gibt glaube ich 90.000 Männer, also 90.000 Ukrainer, sind zur Fahndung der Rekrutierungsbehörden ausgeschrieben. Also das heißt, das sind 90.000 Soldaten sozusagen, nach denen die Ukraine fahndet. Das heißt also alles Leute, die eben nicht in diesem Krieg kämpfen wollen, denen das eigene Leben wichtiger ist, als jetzt das Fortbestehen eines nationalistischen Ideals. Und also Kriegsdienstverweigerer oder Leute, die vor Krieg flüchten, die auszuliefern, das ist schon richtig... Also wenn wir Asylbewerber nicht abschieben, wenn ihnen sozusagen Leid droht, also wenn es nicht sicher ist in ihrem Herkunftsland. Und das ist ja auch was sehr Sinnvolles. Aber dann bei Soldaten oder beziehungsweise bei Wehrpflichtigen zu sagen, naja komm, du hast ja wenigstens einen Helm. Also das ist ja eigentlich, ich sehe das als genauso verwerflich an und es ist eigentlich furchtbar. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Also ich weiß schon, warum man sowas macht, weil man eben diesen Krieg weiterführen will. Aber das ist ja eigentlich auch nur ein, ja, also ein Tropfen auf den heißen Stein beziehungsweise, ja, der Druck, der ist ja dann eigentlich enorm. Also wenn du, man muss sich mal vorstellen, man ist so jemand, der eben im wehrfähigen Alter ist und man hat es aber geschafft. Man ist eben in einem sicheren Land und ja, wenn der Chef das mitkriegt, dann sagt er, okay, also die Überstunden, die machst du, weil sonst kündige ich dich. Und wenn du gekündigt wirst, weißt du, was passiert. Also für diesen Arbeiter ist das ja, ist das eine ganz, ganz furchtbare Situation. Das stimmt, dass so nochmal auf andere Art und Weise Ukrainer unter Druck gesetzt werden können, jeden noch so schlechten Job anzunehmen und entsprechend so das deutsche, also ja, wie gesagt, wie das moralisch zu bewerten ist, hast du gerade schon gesagt. Aber wir müssen uns klar machen, so skrupellos sind die Politiker, die uns regieren, dass sie sich solche Gedanken machen. Also okay, wenn wir die Ukrainer jetzt entweder sagen, ihr sterbt an der Front oder ihr seid hier in Deutschland bereit, jeden noch so miesen Scheißjob anzunehmen, wofür werden sich da viele entscheiden? Also ja, das muss man sich wirklich mal überlegen. Und die Ukraine hat ja jüngst das Mobilisierungsalter auf 25 Jahre gesenkt, eine neue große Mobilisierungswelle gestartet, die mehr oder weniger gescheitert ist. Also die Menschen wollen nicht mobilisiert werden, sie verstecken sich. Du hast gerade gesagt, die Ukraine verhandelt nach 90.000 Menschen, die irgendwie nicht bereit sind zu kämpfen. So viel zu, die Ukrainer seien bereit zu kämpfen, das behauptet unsere Propaganda ja immer wieder. Nein, sind sie nicht. Also Umfragen sind wie gesagt extrem schlecht zu bekommen aus der Ukraine, aber es zeichnet sich bei den Umfragen, die zu bekommen sind, immer mehr eine Trendwende ab. Also du musst, wenn du bei so einem Umfragen antwortest, Angst haben, dass du eventuell abgeholt wirst, wenn du das falsche antwortest und da eventuell einer mithört. Also deswegen sind solche Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen, wenn sie aus einem Land wie der Ukraine kommen, das ja mittlerweile, ja, das wirklich politisch gesehen eine Diktatur ist. Also wie gesagt, die Medien sind gleichgeschaltet, Leute, die kritische Social Media Posts verfassen, kommen jahrelang ins Gefängnis. Alle linken Oppositionsparteien wurden verboten. Also das hat ja nichts mehr mit Demokratie zu tun, was da passiert. Zelensky ist ein Usupator, der Mann ist nicht mehr demokratisch gewählt, seine Amtszeit ist abgelaufen und trotzdem sitzt er weiter im Amt, weil er eben Wahlen bis auf weiteres abgesagt hat. Das ist die Situation in der Ukraine und deswegen sollte man da bei Umfragen immer vorsichtig sein. Die Umfragen, die zu bekommen sind, da zeichnet sich eine Trendwende hin zu, ja, hin zu einem verstärkten Friedenswillen und einem immer größeren Misstrauen in die Regierung Zelensky ab. Was angesichts der militärischen Misserfolge und des immer weiteren Ausblutens der Ukraine auch zu erwarten war. Es gab schon erste Proteste für Verhandlungen, was, wie gesagt, sehr verwunderlich und auch sehr risikoreich für die Leute ist, die daran teilnehmen. Da drohen die jahrelange Haftstrafen für in der Ukraine. Ja, das Schlimme ist ja auch, selbst wenn dieser Krieg irgendwann einmal enden sollte, hat man ja auch schon Pläne dafür und leckt sich die Finger, denn dieses Land muss aufgebaut werden. Und da gab es ja auch schon mehrere Wiederaufbaukonferenzen und sehr wahrscheinlich wird das ähnlich wie im Irak laufen. Das heißt also, da werden große Baukonzerne und sonstige Firmen, die Infrastruktur bereitstellen können, natürlich hoffen, dass sie da lukrative Aufträge an Land ziehen können. Also, das Land wird ausverkauft werden, so oder so. Also deswegen ist ja auch die Sache, wollt ihr wirklich unter den Russen, also von Russland geknechtet werden? Naja, ihr werdet sowieso dann vom Westen geknechtet. Also, ich weiß nicht, ob Russland die komplette Ukraine besetzen wird oder können wird oder ob sie dann wirklich nur die Ostgebiete nehmen, aber... Das hängt vom Verhalten der Ukraine ab. Also, die russische Verhandlungsposition ist aktuell, wir wollen Sabronische, Kerson, Luchansk und Donetsk, die Gebiete, die wir annektiert haben. Aber den Rest könnt ihr behalten, nur macht die Ukraine neutral. Das sind mehr oder weniger die russischen Forderungen. Oder um es in der Sprache von Russland zu sagen, Entnazifizierung, Neutralität, Entmilitarisierung und Anerkennung der territoriellen Realitäten. Ah gut, das mit der Entnazifizierung, hm, okay. Ja, man weiß aus den Verhandlungen von Istanbul, also Entnazifizierung und Demilitarisierung, also dass eine Demilitarisierung sowieso nur eine Folge der Neutralität sein kann und nicht die erste Maßnahme sein wird, das ist sowieso klar. Das wird in Verhandlungen nach und nach ausgehandelt werden, wie das abläuft. Die Entnazifizierung, das ist so ein Propagandapunkt, den hat man ja drin, weil man der russischen Bevölkerung erzählt hat, man würde gegen ein Naziregime kämpfen. Ja, es gibt faschistische Milizen in der Ukraine. Ja, es gibt Neonazi-Parteien, die wesentlich stärker und einflussreicher sind als in allen anderen westeuropäischen Ländern. Ja, es gibt auch radikale Ethno-Nationalisten in der ukrainischen Regierung, also die jeden AfDler hierzulande gemäßigt aussehen lassen. Also Kirill Budanov, der hatte noch als Eroberfehlshaber war gesagt, auf der Krim, ja, da gibt es Volksteile, die sind illoyal, die müssen wir physisch vernichten. Das war die Sprache. Das ist direkter als Höcke, ja. Dann wirst du ziemlich direkter, aber ja, das ist die Sprache der ukrainischen Regierung und natürlich ist es trotzdem russische Propaganda zu sagen, die Ukraine wäre ein Nazistaat, ein faschistischer Staat, das ist sie natürlich nicht. Sie ist ein Staat, wo Faschisten und Ethno-Nationalisten bis in höchste Ämter aufsteigen können und wo faschistische Milizen in vielen Städten de facto das Gewaltmonopol ausüben, wo faschistische Parteien völlig ungestört agieren können, während jede linke Opposition mit dem Tod bedroht, beziehungsweise zerschlagen und ins Gefängnis gesteckt wird. Aber sie ist kein faschistischer Staat. Also sie gibt sich zwar immer weniger, aber sie gibt sich noch den Anschein, als wäre sie eine eher westliche Demokratie, wie gesagt, Gleichstellung der Medien, Abschaffung der Wahlen, ist da auch alles mittlerweile passiert, aber soweit wie Russland es bei seiner Kriegserklärung beschrieben hat, sind die Verhältnisse in der Ukraine ja doch noch nicht bekommen. Aber der Punkt war tatsächlich den Russen gar nicht so wichtig. Das bestätigt eigentlich so Annahmen aus der realistischen beziehungsweise neorealistischen Theorie, die du ja vorhin angesprochen hattest, dass Staaten eben doch im Großen und Ganzen rationale Akteure sind, dass Russland relativ egal ist, wie die Ukraine ihre Bevölkerung behandelt, wie rechtsradikal oder faschistisch sie jetzt genau ist. Das ist Russland relativ egal. Das interessiert Russland nur insoweit, dass die geostrategische Lage der Ukraine weiter Richtung Westen schiebt. Also der ukrainische Rechtsradikalismus ist für Russland nur insoweit relevant, insoweit es für die russische Außenpolitik von Interesse ist. Also Russland ist es relativ egal, wie es der ukrainischen Bevölkerung geht. Russland ist daran interessiert, keinen NATO-Vorposten vor der eigenen Grenze zu haben. Und das ist ein Verhalten, was jede Großmacht immer wieder in der Geschichte an den Tag gelegt hat. Kein Land hat die Freiheit zur Feindschaft gegenüber einer benachbarten Großmacht. Das muss man sich immer wieder klar machen. Also als Kuba das mit den USA probiert hat, da haben die USA mit dem Atomkrieg gedroht. Bei anderen Ländern, die sich versucht haben, von den USA jetzt gar nicht mal einem feindlichen Bündnis anzuschließen, sondern einfach eine gewisse Autonomie zu erreichen. Wie Venezuela oder wie Bolivien, da haben die USA mit Putschversuchen geantwortet oder mit Wirtschaftsboykotten. Also das ist ja völlig normal für westliche Imperialstaaten, dass sie versuche, sich unabhängiger zu machen von Nachbarländern oder sich gar feindlichen Militärbündnissen anzuschließen. Dass sie die mit extremster Brutalität und sofort mit Kriegsdrohungen beantworten. Aber ja, wenn Russland das macht, dann kann man auf keinen Fall handeln, denn die Ukraine, die muss ja die Freiheit haben, die NATO-Grenze bis vor Kursk und Belgeroth tragen zu können. Ja, da gelten dann wieder eben die moralischen Maßstäbe. Da ist dann, oh nein, das kann man doch nicht tun. Die arme Bevölkerung, die haben doch, das ist doch ein eigenes Volk, denen muss man doch da die Souveränität und so weiter lassen. Während man das eben, so wie du schon gesagt hast, in Mittelamerika, da zählt das dann auf einmal nicht mehr. Naja, und Afrika ebenso. Also da hat man dann nicht so viel Verständnis für, beziehungsweise da kann man das dann wieder anders rechtfertigen. Aber ja, bei der Ukraine auf einmal, da startet es wieder mit Moral. Ja, diese Moral, die ist ein Argument, das wendet man immer beim Feind an, aber niemals bei sich selbst. Das ist doch sehr interessant. Bei sich selbst, da ist dann die Sicherheit wieder ganz wichtig. Und wie kann, ist die Sowjetunion beispielsweise wagen, eigene Atomraketen vor die Haustür der USA zu verlegen in der Kuba-Krise. Und das Argument zählt jetzt bei Russland und der Ukraine seltsamerweise nicht. Obwohl die Sowjetunion sich gegenüber der NATO niemals aggressiv verhalten hat. Obwohl die Sowjetunion immer relativ defensiv war, wenn man sie mit der heutigen NATO-Politik gegenüber Russland vergleicht. Aber das sind historische Exkurse, da brauchen wir jetzt nicht mehr so tief reingehen. Aber diese Doppelstandards finde ich nur immer sehr interessant. Und da ist die Frage, die wir uns zu Beginn gestellt haben, wie setzen wir dieser Kriegspropaganda, die hier aller Orten läuft, etwas entgegen? Ich glaube, man muss einfach deutlich machen, dass dieses Schwarz-Weiß, wie es in den verbreiteten Medien üblich ist, dass das zu einfach ist, dass das ein Holzschnitt ist, der tatsächlichen Verhältnisse. Und dass es in der Politik, also gerade in der Außenpolitik, um andere Dinge geht. Dass eben diese moralischen Begründungen, dass die nur vorgeschoben sind. Dass unsere Politiker uns da eben einen Bären aufbinden, wenn sie sagen, es geht hier um eine wertebasierte Regelordnung oder regelbasierte Werteordnung oder so. Und ich glaube, man muss die Menschen ermutigen, da ein bisschen auch dem Feind, also in Anführungszeichen dem Feind, zuzuhören. Und zu erkennen, dass eben auch Russen Menschen sind, dass Chinesen Menschen sind. Und dass deren Staaten eben genauso wie unsere Staaten auch daran ein Interesse haben, dass es ihrer Bevölkerung gut geht. Die haben ein anderes System und dieses System produziert natürlich auch negative Folgen für Menschen. Aber grundsätzlich geht es denen ebenso wie jeder anderen Regierung auch darum, dass es ihnen gut geht. Und ja, eigentlich das, worum es gehen sollte, ist dann nur, dass man eben einen Interessensausgleich findet mit möglichst wenig Leid. Und nicht, okay, da ist der böse Block und hier ist der gute Block. Das sehe ich auch so. Diese Moralisierung grundsätzlich in Frage zu stellen, das ist sicherlich wichtig. Und wir dürfen auch keine Angst vor Kontaktschuld haben. Oder du hast es gerade schon gesagt, wir müssen uns auch die Sicht des Feindes ansehen. Wir dürfen keine Angst davor haben, dass wir als Verschwörungstheoretiker Putin-Freunde oder rechts oder sonst irgendwas diffamiert werden. Wenn wir, ja, wenn wir uns beispielsweise mit Leuten unterhalten, die für die russische Position sind. Also wenn wir uns von dem Mainstream quasi einreden lassen, wir dürften jetzt nicht mit denen reden oder wir dürften nicht mit denen reden. Ja, dann sind wir dann die Nächsten, mit denen nicht geredet werden darf. Und das halte ich für sehr gefährlich. Deswegen sollten wir da wirklich, ja, uns daran zu erinnern. Und diejenigen, die hier den Krieg vorantreiben, das sind unsere Mächtigen. Und unsere Mächtigen sind die Hauptgegner, die wir hier quasi gegen uns haben, wenn wir für Frieden streiten, wenn wir uns für eine auf Ausgleich setzende Außenpolitik einsetzen. Und dementsprechend sollten wir nicht auf Kontakt sperren, nicht auf Diffamierung oder irgendwas eingehen, sondern wir sollten dem immer offensiv begegnen. Und gerade den Kontakt mit jenen, die als Putin-Freunde, Verschwörungstheoretiker, als Rechts- oder sonst was diskreditiert werden, suchen. Und das ist jedenfalls etwas, was ich für sehr, sehr wichtig halte, dass wir auch einen Schulterschluss zwischen allen Friedensbewegten in Deutschland irgendwie finden. Absolut, ja. Und ich würde sagen, war ein guter Talk. Also das waren jetzt nochmal etwas optimistischere Schlussworte, obwohl das ja ein sehr ernstes Thema ist. Ja, es ist leider so in diesen Zeiten, dass man so viel über Krieg reden muss. Aber jo, dann würde ich den Talk jetzt schließen. Alles klar. Das ist der Baby. Das ist der Baby. Hier ist Fisch. Das ist der Baby. Vielen Dank.